Weiße Gärten. Schon immer haben sie Gärtner, Gartenbesitzer und Gartengestalter fasziniert. Damit sie auch wirklich ihre einzigartige Ausstrahlung entfalten können, sollten sie vom Profi geplant und angelegt werden. Wenn Landschaftsgärtner weiße Gärten gestalten, dann kombinieren sie Stauden und Gehölze in unterschiedlichen Weißtönen, schaffen so abwechslungsreiche Kontraste. Das Ergebnis, das Weiß leuchtet noch strahlender, die Wirkung ist noch eleganter. Helles Holz, passendes Mobiliar, leuchtende Fugen im Mauerwerk und weiße Töpfe. Das ist modern und romantisch zugleich. Alles haben die Profis aufeinander abgestimmt, alles durchdacht. Weiß ist rein, wirkt unschuldig. Es hält den Garten auf. Scheint die Sonne hinein, ist es, als hätte jemand ein Licht angemacht. Weiße Gärten sind besonders lebendig, denn weiß ist auch die beliebteste Farbe der Insekten. In der Natur kommt diese Blütenfarbe am häufigsten vor. Noch eine glitzernde Wasserquelle, ganz nah am Sitzplatz, perfekt. Wenn die Landschaftsgärtner weiße Gärten komponieren, dann schaffen sie leichte, luftige Gartenträume. Hier zu entspannen, das geht ganz einfach. Und zwar auf eine besonders elegante Art und Weise. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020